Na gut, dann gehe ich erst mal wieder zurück. Wo muss ich denn jetzt hin? Da, okay. Also doch, hier kann ich noch irgendwie was erledigen, aber was? Die Pfanne ist schon heiß. Das ist schön für die Pfanne. Das kann ich denn hier... Ach, ja, da haben wir ja das... Ah, Harz ist das, okay, gut. Ah, dann klebt das schön, jawohl, und dann können wir mit dem flüssigen Harz das hier bekleben, ne? Jawohl, und somit haben wir einen funktionstüchtigen Eimer. Und jetzt können wir auch Wasser holen. Und ich vermute, mit dem Eimer Wasser können wir wohl den Flammenfluss entfernen, oder? So. Und mit dem Hammer können wir die Stalaktiten auch zerstören. Jawohl. Terrasse. Und hier fließt noch weiter der Lava-Fluss. Sieht aber schön aus irgendwie. Zwar gefährlich, aber schön. So, dann können wir auch noch was machen. Ah, Kachelrätsel, ne? Jupp. Tausche die Bildkacheln miteinander aus, um das Bild zu rekonstruieren. Wähle zwei Kacheln aus, um sie zu vertauschen. Okay, dann wollen wir mal. Oh ja, bei so welchen Rätseln braucht man ein bisschen Geduld, auf jeden Fall. Sieht zwar jetzt nicht so umfangreich aus, aber dennoch braucht man ein bisschen Geduld. Ah, David Jones und seine, und seine Crew. Mhm. Interessant. So, jetzt überlege ich nur, ja, da vielleicht. Ich will mich hier auch nicht verklicken, deswegen mache ich das hier etwas vorsichtig. Jawohl, das sieht da auch schon mal sehr gut aus. Ich hoffe, dass ich jetzt keinen Denkfehler gemacht habe. Ich hoffe, nein, nicht. Naja, werden wir ja gleich sehen, ob ich da jetzt einen Fehler gemacht habe oder nicht. So, überlegen kurz. Überlegen, überlegen, überlegen. Ich glaube, erstmal hier das Mittelstück, hoffe ich mal. Oh Gott, hoffentlich habe ich da jetzt keinen Fehler gemacht. Ja, das sieht schon mal gut aus, die linke Seite. Jetzt muss ich nur noch den Rest irgendwie machen. Das sieht auch schon mal vernünftig aus. So, jetzt versuche ich, das da unten zu machen. So, dann müssten wir es hier gleich haben, theoretisch. Das hier ist eine Liste von meinen Schäden. Oh nein, oh, es ist so alt, es ist einfach weg. Oh, gar nicht gut. Was haben wir da bekommen? Oh nein, jetzt, 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 ich will never remember, was ich da gemacht habe. Aber es muss ja sein, richtig, richtig? Davy würde mich nicht, würde mich für nichts verletzen, würde ich? Moment mal, jetzt muss ich mir das mal kurz durchlesen. Ich denke, du hast lang genug gelitten. Außerdem ist Davy Jones bereits aus der Welt geschieden. Was auch immer dein Verbrechen war, es gehört lange, lange der Vergangenheit an. Wenn du wirklich glaubst, du hättest noch nicht genug gewusst, solltest du wohl mit deiner Selbstbeschreibung vorfahren? Nein, das mache ich nicht. Ich kann diese Entscheidung nicht für dich treffen, denn Schicksal liegt in deinen Händen. Nein, dann lieber das Erste. Ich denke, du hast lange genug gelitten. Außerdem ist Davy Jones bereits aus der Welt geschieden. Was auch immer dein Verbrechen war, es gehört lange, lange der Vergangenheit an. Ich denke, du hast genug. Außerdem, Davy ist bereits weg. Was, was du getan hast, ist alles in der Vergangenheit. Du bist richtig, ich bin mit dem Schluss. Ich meine, ich kann nicht mehr erinnern, was ich gemacht habe. Danke, Frau Kollegin. Ja, und jetzt hat deine Seele auch deinen Frieden gefunden. Okay, gut. Da brauchen wir wohl den Ring. Ach ja, und jetzt darf ich das richtig zuordnen. Aber wie ist die Frage? Ich weiß nicht mal, ob das jetzt nicht richtig ist, oder? Ach, nee. Am besten vom... Ah, ja, ich sehe es. Also das Äußere ist da. Okay. Soll muss das doch das sein? Und das ist nicht das. Okay. Okay. Moment mal. Zur Stadt. Oh, nein. Corey? Are you okay? Ich vermute mal, sie ist betäubt. Cora, sie ist bewusstlos. Ja. Ich muss sie irgendwie auch wecken. Hätten wir jetzt mal Riechsalz. Ein von zwei blauen... Äh, ne, ein von drei blauen Kacheln. Entschuldigung. Tja, hier kann ich nichts machen, solange das Feuer hier ist. Ich kann mir den Kressan nicht nehmen, solange hier alles brennt, ja. Dachte ich mir schon fast... Gehen wir mal zur Hexenhütte. Das war mal ein Wimmelbild in der Hauptstory. Jetzt ist es kein Wimmelbild mehr. Da haben wir die zweite blaue Kachel. Ein Pumpengriff. Ah, Moment, Moment, Moment. So, du kommst schon mal dahin, aber uns fehlt ja leider noch eine blaue Kachel. Sonst kann ich hier... Doch, da kann ich noch was machen, aber da fehlt mir eine Bulu-Puppe, okay. Ist hier irgendwo eine Bulu-Puppe? Ich sollte es besser erst löschen, ja. Tja. Karte. Ja, also doch hier. Äh, gibt es hier irgendwo eine Pumpe? Weil ich sehe hier nämlich keine... Hä, was soll ich denn jetzt hier machen? Nö. Ähm, ja. Tut mir leid, ich muss jetzt mal einen Tipp benutzen. Also doch, da. Ach so, äh, ja. So hätte ich es einfach nur machen müssen. Nur Wude-Puppe, okay. Dann füge ich die mal dahin. Ah ja, und jetzt dürfen wir die wohl richtig positionieren, so dass die da in den Rahmen passen, genau. Okay. Aber, naja. Gott sei Dank, die ist nicht so schwer. Und wieder ein Bimmelbild. Aufgestapelte Steine, Zitronenschale, Zahnzapfen, Knochenhand, Haarsträhne, Weihrau, Riechsalz, Zentakel, Krokodil, Kräuter, Ingwer und Mais. Aufgestapelte Steine. Okay, da müssen die Steine hin, aber jetzt muss ich hier erstmal die Steine finden. Da ist ein Stein. Da ist noch ein Stein. Oh, das war's schon, okay, gut. Oh, das war's schon, okay, gut. Zitronenschale. Tja. Da ist die Zitrone und wahrscheinlich hier mein Messer, muss ich die wohl erstmal... Zitronenschale. 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 Tannenzapfen ist dort. Ne Knochenhand. Dort. Ne Haarsträhne. Sollte denn hier eine Haarsträhne sein? Ich sehe hier Federn, aber keine Haarsträhne. Weiß nicht, hier ist erstmal nicht Weihrauch. Ach ja, hier ist ein Weihrauchstäbchen. Muss ich bestimmt anzünden, ja. Jo. Riechsalz. Da. Die Tentakel habe ich auch schon gesehen. Ein Krokodil, das habe ich noch nicht gesehen. Aber ich werde es wohl gleich finden. Dort. Kräuter. Sind das die hier? Ja. Ingwer. Mais. Mais, Mais, Mais. Ah, da ist die Haarsträhne. Habe ich sie gerade dann auch gesehen. Und jetzt brauchen wir nur noch Mais, der da oben ist. Perfekt. Und erhalten Riechsalz. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Wir befestigen Jäger.